Hallo zu Leute heute. Lili Krug arbeitet an ihrer Karriere als Hollywood-Schauspielerin. Die Tochter von Veronika Ferres und Martin Krug hat eine Rolle an der Seite von John Malkovich. Wenn Hollywood-Star Brad Pitt sich mit einer Frau auch nur blicken lässt, stürzen sich schon alle drauf. Wer ist sie? Was kann sie? Woher kommt sie? Die Dame, mit der er jetzt unterwegs war, ist keine Unbekannte. Hier das neueste Gerücht. Roland Emmerich, nachdem seine Apokalypsen nicht wahr geworden sind, hatte er ja Zeit für einen neuen Kinofilm. The Magic Flute heißt das Ergebnis. Ein bisschen Harry Potter, ein bisschen Klassik. Und wie bei jedem Emmerich-Film braucht man starke Nerven. Wir stellen Ihnen den Schwaben heute mal privat vor. Anna Hochbauer und Marc Bartel, die beiden sehen Sie heute in der ZDF-Serie Notruf Hafenkantel. Sie arbeiten nicht nur zusammen, Sie sind auch privat ein Paar und haben mittlerweile zwei Söhne. Uns haben Sie von Ihrem Kennenlernen erzählt. Ja, los geht's nach den 19 Uhr heute Nachrichten. Und ich melde mich morgen wieder um 17.45 Uhr und ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Abend. Bis dann. Tschüss. 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 Musik